hallo und herzlich willkommen zu rocket league in einer wunderschönen arena heute mit der doofen spoo und dem noch döweren chili der oberdöfsten spoo steigerungsform davon gibt es nicht spoo mit dem allerdömmsten chili das stimmt so nicht naja sie sind gleich wieder hier ja ich war ich war gerade am spielen du weißt dann ist mit dem denken nicht so nein 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 ich bin jetzt so also wenn ihr gegen uns spielen wollt müsst ihr es nur in die kommentare schreiben und dann könnt ihr chili richtig fertig machen mich natürlich auch und ihr dürft euch dabei freuen und alles ja ihr müsst euch nur melden und dann werden wir das einrichten so oh nein ach so ich muss jetzt ja wieder anständig spielen ich vergesse das immer ja dann macht das mal gut nein der schweiß vorsten das wäre zu schön gewesen zu schön um wahr zu sein ja das kann man mal machen muss man nicht kann man ja aber das ist ja auch im echten spiel so dass die auf die latz und so treffen ja ich weiß gar nicht mehr aber irgendeine mannschaft hat so oft also die latze oder den pfosten getroffen das war neuer rekord ja also eine zahl die ich nicht glauben konnte aber es war heftig ja so ja ja gut latze oder pfosten treffen ist ja schon schwer naja das tor ist größer als diese abgrenzung ja das stimmt also müsste es einfacher sein das tor zu treffen als das weil wenn du mal versucht hast also es treffen zu wollen dann funktioniert es nicht glaub mir ja geil das video lade ich nie hoch nie warum das ist ja nur die motivation für unseren zuschauer bestimmt durchaus da kann man mal auch von vorbeispiel wie er ist der torwart von bremen wietwald ok das war denn der wietwald star ja 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 gut das kann das kann das kann durchaus auch der wietwald sein so wer war das von hamburg ja eigentlich adler dann droppnee und der ist jetzt aber beleidigt aber ich mag den droppnee eigentlich ja zu recht so wie ihr den arm behandelt ja ja also was heißt wie aber ich finde ihn cool ich mag ihn und er hat eigentlich auch immer relativ gut gehalten ja das stimmt das stimmt durchaus wobei adler ist natürlich auch nicht schlecht aber hast du mal adlers gesicht gesehen wenn der hsv ein tor kassiert hat nein dann solltest du es dir mal angucken ach das gibt es doch nicht warum wie sieht es denn aus so gut oder was er guckt immer so ein bisschen als wird die welt gleich untergehen und der anfangen wird und der anfangen würde zu weinen ich glaube wir müssen auch gleich anfangen zu weinen ja ja besonders hier zapp und er trifft ihn so ach wie wie viel lack muss man denn haben eine minute noch chili das geht nicht du weißt denn meine aufnahmen müssen wir schon gewinnen ja ja klingt alles in deiner hand zu ja ich weiß aber du weißt ich kann nicht reden und spielen das ist immer so ein problem oh chili nice 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 ja gut den kriege ich nicht ja sorry der sollte aber auch nach vorne er kommt aber nochmal aber erstmal boost tja komm kommst du mit zu ja aber der kommt ja nicht in die mitte ja jetzt geht es wieder mit dir nein den kriegt er noch schade naja und das ist das nächste oder nein nein was denn was denn das ist ein tor ja aber nur 15 sekunden ist ein bisschen arg eng wir fahren einfach jetzt beide auf den anstoß zielen ihnen genau in die mitte ja dann fahr hinterher hopp hopp den hast du zu seitlich der kommt aber jetzt in die mitte jetzt nein nein das war jetzt aber deine chance ja war es auch aber den hat er trotzdem das ist ihre chance der geht noch oder nö nö oh der wer war gegangen ja das stimmt der war auf jeden fall knapp ja gut das war epischer fehler nummer eins der zweite kommt gleich ja sag doch sowas nicht ach so ich brauch gar nicht gucken sechs minuten ja da hast du vollkommen recht ok jetzt gewinnen wir noch mal aber die können zusammen guck dir die bilder an zu sehen war ein liebes paar und es sind sie wieder jetzt kriegen wir die revanche ok wir spielen gegen die gleichen so ist puh jetzt aber jetzt kannst du alles revidieren werde ich oh der sieht schon mal nein nicht gut aus ah das hätte ich auch hinterlassen so ah der sieht doch aber mal postenmäßig aus ist das euer ernst ja ich und der posten und die latter wir sind beste freunde aber er ist doch drin das zählt aber es tut auch leh ja gut war aber souverän auch drüber gespielt ja also so wie gesagt das pute ist jetzt die eiserne revanchezeit oh das war schlecht ich wollte gerade sagen das sollte halt schon weg von unserem tor jetzt kommt nochmal oder auch nicht wirst oder auch äh auch nicht nein wirst du weh wirst du wirst du erst mal wegläuern dass die kanne gerade gerade Schussball haben nicht wahr nochmal wegkommt jaja Nein, warum lasse ich mich immer überheben, ist das so? Das kann ich dir nicht sagen. Du musst mitkommen. Ah, nee. Ah, der stimmt, okay. Jetzt bitte. Jetzt bitte. Na, warum? Warum? Weißt du den? Guck doch. Ah, okay, ich bin aber auch schlecht geflogen. Ja, okay. Ach, Mist. Mist, 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 okay. Oh, Mann, oh, der wäre cool gewesen. Ja, kein Problem. Wenn er mich nicht wegstummt. Jo. Oh. Da hat er dich zerstört. Das ist schon der, scheppah! Meine Vorlage, bitte. Aber läuft doch. Mhm. Das nenne ich eine Revanche. Wobei wir sollten auch nicht so groß die Klappe aufreißen, haben wir auch so geführt. Wobei, das war gestern. Aber egal. Ja, das stimmt. Das darf man sich auch nicht angucken. Am meisten hasse ich, wenn man so im Tor hat. Aber das habe ich auch schon tausendmal gesagt, hängen bleibt. So ungefähr. Nein! Mann! Warum? Der hasst mich. Oh, Achtung, der kommt. Nein! Ich habe ihn trotzdem durchgekriegt. Ja. Achtung! Aber der geht, ja. Ja, ja, ja. Der war zu schnell wieder bei uns. Hätte ich nicht erwartet. Okay. Aber auch präzis. Macht ja nix. 3-1. Dies braucht ja nix. Vor allem muss ich mal was leisten. Oh mein Schade. Ja, warum? Du hast ja schon einen Tor in eine Vorlage. Achtung! Oh! 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 Ah, das war auch schlecht. Das war noch viel schlechter. Und weg mit. U GO! schön den haben wir zusammen mal gerettet nein warum ist es das tor steht irgendwie anders als sonst nein machen wir es halt so kann man ja ich wollte gerade sagen nein 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 ist dein drittes ja jetzt muss ich auch wieder fernfunde werden behaupten wir es werden von mir lalala der kommt ja das war doof mir ja das kann man auch machen nein das war schon wieder so ein epischer ja und zerstört macht das wenigstens er trifft das tor noch nicht mal okay das war ja das gefällt also wenn ihr gegen uns spielen wollt einen kommentar hinterlassen und bis dann tschau tschüss